Hallöchen, mein Freund und ich sind jetzt gerade auf der Suche nach einem Lokal, wo wir jetzt noch essen können. Wir haben noch voller netten Horiken gefunden und ich freue mich jetzt schon auf mein Essen, weil es gibt hier nämlich Feuerflecken und das gibt es total selten und ich habe extra gleich zwei bestellt. Ja meh, beim Horiken gibt es halt immer so selbstgemachte Sachen und das ist so eine Platze, die mein Freund bestellt hat. Meine Feuerflecken kommen dann gleich. Ich muss sie wegkommen. Und so sieht ein Feuerfleck aus. Das ist hier einfach so ein Brotteig, so ein ganz heißer, den man dann hier so eintunkt. Brauchst du ein paar Schilder? Ich glaube, da gäbe es ein paar. So, back at home mit jemandem, der mich gerade im Bett belästigt und zwar der Maui. Maui, Hilfe! So cool.